Mein Name ist Franz Schelle von der Franz Schelle GmbH. Das komplette Osterwochenende haben wir genutzt, den P2L-Tunnel auf drei Kilometer Länge von der A9 bis zur BMW-Welt komplett zu sanieren. Innerhalb von vier Tagen haben wir 20.000 Quadratmeter zuerst abgefräst und dann mit zwei Schichten der Binder- und der Deckschicht neu aufgebaut. Um die Verkehrsbeeinträchtigung so gering wie möglich und die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten, waren über 37 Sattel, ein Beschicker, drei Fertiger und acht Walzen im Einsatz. Dabei haben wir über 4.000 Tonnen Fräsgut abgefahren und dann zwei Tagen in zwei Schichten wieder eingebaut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dabei haben wir zum ersten Mal in München die Kalkmilch verwendet, Damit der Schichtenverbund trotz der enormen Anzahl an LKWs vollständig bleibt, wurde die Kalkmilch als Schutzschicht aufgetragen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auch die Jessica, die bereits das zweite Ostern in Folge, den P2-Tunnel zu einem erfolgreichen Projekt gemacht haben.